Hallo liebe Katzenfreunde, heute wollen wir Ihnen eine ganz besondere Katzendame aus dem Katzenhaus vorstellen. Ihr Name ist Maya. Maya ist eine ca. 13 Jahre alte europäische Kurzhaarkatze. Sie ist kastriert, geimpft, gechippt, tätowiert und hat im Endeffekt den Check-up einmal komplett durch. Sie ist sehr lieb, eher ein ruhigeres Modell und sehr verschmust. Sie ist durchaus einer Partie, fang den Faden auch nicht abgeneigt, aber sie wird Ihnen wahrscheinlich nicht mehr die Gardinen von den Fenstern pflücken. Maya hätte schon längst ein neues Zuhause gefunden, aber wie Sie sich sicher vorstellen können, kommt jetzt das große Aber, denn Maya ist nicht mehr ganz gesund. Sie leidet an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das klingt schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Die Katze hat keinerlei Schmerzen und leidet da nicht drunter, aber es erfordert von den Besitzern ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Fürsorge. Deshalb versuchen wir auf diesem Weg ein für immer Zuhause für Maya zu finden. Ein Zuhause, was ruhig ist und katzengerecht und mit Besitzern, die vielleicht schon ein bisschen Vorerfahrung mit Katzen haben. Maya benötigt regelmäßige Medikamentengaben in Form einer Tablette, einmal täglich, und eines Spezialfutters. Da viele Tiere Probleme mit ihrer Ernährung haben, gibt es dieses Spezialfutter mittlerweile von nahezu allen Firmen. Es ist ein einfaches Sensitivfutter, was Sie selbst mittlerweile bei Aldi kaufen können. Sie sehen also, dass Maya kein dramatischer Notfall ist. Das, was sie benötigt, ist auch relativ leicht zu gewährleisten. Aber man muss sich halt ins Gedächtnis rufen, man adoptiert eine nicht ganz gesunde Katze. Und da gibt es das ein oder andere zu bedenken. Zum Beispiel, wenn man im Urlaub fährt, ist jemand da, der das ebenfalls gewährleisten kann. Insgesamt lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall. Denn Maya ist ein wirklich, wirklich tolles Tier, was ein tolles Zuhause verdient. Denn sie hat ein ganz liebenswertes Wesen und ist so glücklich und dankbar für ein warmes Plätzchen. Und deshalb versuchen wir mit allen Mitteln für sie das Zuhause zu finden. Es ist halt das Problem, wenn man ein Katzenhaus betreibt, in dem viele, viele liebe, wundervolle, verschmuste, verspielte Katzen und Kätzchen leben. Da geht so ein pflegebedürftiger, agiler, rüstiger, liebenswerter Senior manchmal etwas unter. Das ist schade, aber deshalb wollen wir ihr auf diesem Wege die Plattform und Aufmerksamkeit bieten, die sie verdient. Und wir alle wünschen uns von ganzem Herzen, dass sie das Zuhause endlich findet. Denn sie hat es mehr als verdient und es ist eine ganz besondere Katze. Wenn Sie sich also angesprochen fühlen und Maya das Zuhause bieten können, was sie benötigt, melden Sie sich bitte bei der Katzenhilfe Oberhausen. Dort wird man Ihnen weiterhelfen und steht für Fragen und Rückfragen jederzeit bereit. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Link auch Ihren Freunden und Bekannten mitteilen und so für eine möglichst große Verbreitung des Videos sorgen könnten. Wir hoffen darauf, dass sich auf diesem Weg jemand findet und je mehr Menschen dieses Video sehen, desto eher wird sich vielleicht ein neuer Besitzer für Maya finden. Vielen Dank und alles Liebe, Ihre Katzenhilfe Oberhausen.